Geht er mit? Geht er wie langsamer als sonst? Ich glaube nicht. Ich meine recht langsamer. Na ja, er wiegt maximal 70cm. Lass ihn einfach alle. Okay, runter geht er. Dann sind wir bei 570cm. Wenn er drauf setzt, dann geht er. Wenn es dann noch geht, dann... Die Frage ist, wo habe ich Platz? Da habe ich Platz. Das wäre jetzt schön. Ich habe einen.